Niklaus Foflu, Europas grosser Friedensstifter. Teil 5, der Friedensstifter. Die Schweiz, ein kleines Land in der Mitte von Europa, ein freies Land, ein friedliches Land, ein reiches Land. Das war aber nicht immer so, im Gegenteil. Die Schweiz war ein mausarmes Land, Krieg hat zum Alltag gehört und die Freiheit musste immer wieder neu erkämpft werden. Die Staatsform, die Sicherheit und der Wohlstand von unserem Land sind nicht Zufall und auch nicht selbstverständlich. Es steht der Geschichte dahinter und die Geschichte ist geprägt worden von Leuten. Und wenn man Geschichte studiert, begegnet man den Leuten, die unser Land zu dem Land gemacht haben, das es wurde. Im 15. Jahrhundert haben mindestens drei Persönlichkeiten gelebt, die eine grosse Bedeutung für die Schweiz hatten. Alle drei wurden über die Landesgrenze ausbekannt, alle drei haben die Weltpolitik mitgeprägt und alle drei waren Bergbauernsöhne. Da ist mal der Kardinal Matthäus Scheiner vom Wallis, geboren 1465. Dank ihm gehört Stessin zur Schweiz und als Wallis hat er der Eidgenossenschaft zugeführt. Dann haben wir den Reformator Ulrich Zwingli vom Wildhaus, geboren 1484. Seine Theologie hat nicht nur einen wesentlichen Einfluss auf die wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Entwicklung der Schweiz, sondern auch auf die von Amerika. Die dritte grosse Persönlichkeit, die ins 15. Jahrhundert fällt, der Niklaus von Flü, geboren am 21. März 1417. In den ersten 50 Jahren von seinem Leben hat er mehr oder weniger das gemacht, was den gesellschaftlichen Erwartungen entsprochen hat. Er war ein wohlhabender Bergbauer. Im Militär hat er als Offizier die Soldaten in verschiedene Schlachten geführt. Und im zivilen Leben war er ein angesehener Politiker und unbestechlicher Richter. Aber der eigentliche Einfluss von Niklaus von Flü ist erst in den letzten 20 Jahren von seinem Leben zum Tragen gekommen, nachdem er all die Ämter abgelegt hatte. Am 16. Oktober 1467 hat Klaus seine Familie verlassen. Er wollte in Selsaas und dort als Einsiedler leben. Aber es kam anders. Kurz vor Basel in Liestal hat Gott zu ihm gesprochen, er soll wieder umkehren. Der Bruder Klaus hat umgekehrt und ist wieder heim, aber nicht mehr zu seiner Familie, sondern er hat sich in Nähe von seinem Heimat, ihm ranft, ein Hütchen gebaut und hat dort als Einsiedler gelebt. Die Leute haben gemerkt, dass das Einsiedlerleben mehr ist als eine fromme Spinnerei. Sie haben den Bruder Klaus gelernt zu schätzen als einen guten Ratgeber. Er ist beschrieben worden als freundlich, fröhlich, mitteilsam und leutselig. Langsam aber sicher ist der Bruder Klaus zu einem wichtigen Ratgeber geworden, nicht nur für die Innerschweiz, sondern für die ganze Eidgenossenschaft und Europa. Von allen Herren Ländern sind die Leute in Trance zu bilgern. Sein Rat war praktischer Natur und als er einmal gefragt wurde, was die grösste Gabe Gottes an den Menschen sei, hat er geantwortet, die Vernunft. Das alles klingt nach einem guten Geschäftsmodell. Die Ranftschlucht hätte ein richtiges Goldgerübeln können werden. Das war es aber nicht. Der Bruder Klaus hat kein Geld angenommen. Er hat gefastet und gebetet. Er hatte einen Zugang zu Gott wie sonst selten jemand. Und er hatte auch viele Visionen. Man hat ihm auch Wunder zugeschrieben. Zum Beispiel 1468, dann als es in Sarnen gebrannt hat. Es war ein ausserordentlich trockenes Jahr. Im Sommer hat es wochenlang nichts geregnet. Die Sonne hat Tag um Tag abgebrannt. Die Flüsse und die Becher sind ausgetrocknet. Es ist auch gestern geworden und immer noch kein Regen. Dann kam in Sarnen zu einem Brand. Bei dieser Trockenung hat es nichts gebraucht, bis ein zweites und ein drittes Haus hat angefangen zu brünnen. Ruckzuck sind 22 Hausgebeln in Flammen gestanden. Ein junger Gil ist losgesprungen ins Flüeli und hat beim Bruder Klaus Alarm geschlagen. Der ist vor seine Hütte rausgekommen, ist an Boden geknäulet und hat langsam ein Kreuz in Himmel gezeichnet. Wie von einem unsichtbaren Regen ist das Feuer in Sarnen erstickt. Nach den Burgunderkriegen kam es bei den Eidgenossen zu einem schwierigen Konflikt. Man hat um die Kriegsbeute gestritten, die man Karl dem Kühnen abgenommen hat. Aber es ging um mehr. Es war ein Stadt-Land-Konflikt. Die Städte Zürich, Bern und Luzern waren den Landorten politisch und wirtschaftlich überlegen. Die beiden Städte, Solothurn und Fribourg, die den Eidgenossen im Krieg gegen Burgunder geholfen haben, wollten sie auch der Eidgenossenschaft beitreten. Die Landorte waren dagegen, weil sie Angst hatten, dass sie dann gar nichts mehr zu sagen hatten. Es waren düstere Tage, dann im Dezember 1481. In Stanz ist es lebhaft zugegangen. Frömmte Ritter sind im Schneegestöber dahergekommen. Die Kinder wollten auf die Strasse schauen. Schon nur die Rosse haben sie gemacht, zu staunen. Edelte Tiere waren es, nicht nur so Ackerklepper. Und man hat gesehen, dass ihre Besitzer keine Bauern sind. Schöne Kleider hatten sie und wichtige Geringe gemacht haben sie. Es waren die Abgeordneten von Zürich, Bern und Luzern. Hans Waldmann von Zürich hat man aus allen heraus gehört. Er war ein Hohdege, wie kein Zweiter, und er hat genau gewusst, was er will. Und am nächsten Tag, als man im Rathaus eine Lösung hat gesucht bei diesem innereidgenössischen Konflikt. Man hat sich nicht gefunden. Die Stimmung ist irgendwie bösartiger geworden. Die Konfliktlinie ist zu einem schier unüberwindbaren Graben geworden. Dann gibt es halt einen Krieg, hat Hans Waldmann in die Runde geworfen. Der Pfarrer Heini im Grunde ist zusammengezuckt, so wie alle anderen auch. Ein Bruderkrieg. Eidgenoss gegen Eidgenoss. Das könnte das Ende bedeuten für die Eidgenossenschaft. Der Heini hat sich davon gemacht, was gischt, was hessch, ist er in die Ranftuche zum Bruder Klaus um Rat zu fragen. Am anderen Tag hat er die Abgeordneten nochmals zusammengerufen und er hat ihnen das gesagt, was der Bruder Klaus geraten hatte. Tue der Bund neue Bekräftungen und schaffe in den Ausgleich zwischen Stadt und Land. Das heisst, die Städte müsse das Burgrecht aufgeben. Und dann nahmen er Soleturn und Freiburg in die Eidgenossenschaft auf. Die Streit haben ihn gelöst und so ist es zum Frieden gekommen. Und noch etwas hat der Bruder Klaus gesagt, nämlich der berühmte Satz, der in der Schweiz über Jahrhunderten zu einer wichtigen politischen Maxime wurde und zu einer neutralen Sicherheitspolitik geführt hat. Steckt eurer Zäune nicht zu weit und mischt euch nicht in fremde Hände ein. Der Niklaus von Flüe ist an seinem Geburtstag am 21. März 1487 im Alter von 70 Jahren gestorben. Die Wirkung von seinem Leben hat damit nicht aufgehört. Seine Inspiration regt bis in unsere Zeit hinein. Es gibt Leute, die sagen, der Bruder Klaus hätte die Schweiz im Zweiten Weltkrieg vor dem Einmarsch von den Deutschen bewahrt. Tatsächlich ist am 13. Mai 1940 etwas Eigenartiges passiert. Die Geschichte ist aber gut dokumentiert im Film Die Hand über der Schweiz wo man auf YouTube anschauen kann. Darum ich da nicht mehr darüber sage. Der erste Bundeskanzler von Deutschland, Konrad Adenauer ist 1953 nach Moskau gereist und hat um die Freilassung von den letzten Kriegsgefangenen gebetet. Vorher ist er eine Nacht lang im Frühling anbetten. In der Kubakrise 1962 ist die Welt am Rand eines atomaren Weltkriegs gestanden. Einen wichtigen Beitrag zur Entschärfung hat der Präsident Kennedy geleistet, aber auch der damalige Papst, der inspiriert von Bruder Klaus wichtige Impulse zum Ausgleich gegeben. Das nur drei Beispiele von vielen, wie dass die friedensstiftenden Impulse von Bruder Klaus und auch seine Gebete noch heute Wirkung haben. Die Staatsform, die Sicherheit, die Freiheit und der Wohlstand von unserem Land sind nicht Zufall und nicht selbstverständlich. Es steht der Geschichte dahinter und die Geschichte ist geprägt worden von Leuten. Von Leuten wie der Bruder Klaus. Und wenn wir die Geschichte studieren, dann begegnen wir den Leuten, die unser Land zu dem Land gemacht haben, das wurde und wir können von ihnen lernen. Von Leuten wie der Bruder Klaus.